Hallo Leute, wir freuen uns, dass ihr wieder zuschaut. Heute machen wir wieder mal zusammen zusammenbauen. Ich habe hier von Kogo die 3028-6 aus einem 8er Pack. Und zwar ist das hier ein Labor. Ich zeige es euch mal. Lustige Rückseite. So, die Dinger kosten 2 Euro, 63 Teile und sind aus einem 8er Pack. Wir wollten sie alle 8 mitnehmen, aber die zwei anderen Sachen, die haben uns nicht interessiert. Also haben wir nur die vier mitgenommen. Die anderen zwei, die zeigen wir euch auch morgen oder übermorgen. Wie gesagt, vier Stück haben uns nicht interessiert. Ich habe gerade zwei gesagt. Entschuldigung, man kann sich auch mal verzählen. So, dann ist auch da. Ich bin auch da. Sag mal, ich bin auch da. Ich bin auch da. Gut. Ihr habt gehört, er ist auch da. So, ich habe die 3028-1, es ist ein Büro und ich darf mich wieder mit Computern rumschlagen. Ja, weil sonst, ich habe es früher gemacht. Braucht es nicht mehr. Und mit Handys. Hat wahrscheinlich auch Fehler am Handy. Ach man. Das ist alles. Keine Rückseite gezeigt. Ja, Rückseite gibt es auch noch. Logisch. Mensch, das Gleiche von Ihnen. Den haben wir aber fertig gemacht heute. Ja, das ist. Ja. Die haben gedacht, wir bauen zusammen. Die haben gedacht, die kuscheln zusammen. Ja. Was ist besser als ein Katzen-Content? Mehr Katzen-Content. So, da haben wir doppelt drin. Und eine Beschreibung. Und, ne, Aufkleber. Aufkleber haben wir auch nochmal. Ja. Ja. Also, wenn dir die Tapete bei dir im Zimmer nicht mehr gefällt, ich habe hier schon wieder Ersatztapete. Ist aber wunderschön. Stell dir mal vor, das wäre ein Prinz. Ja. Alter Schwede. Ich habe hier einen Computerbildschirm und auch Shopping-Aufkleber. Hallo, die sind für verschiedene Sets. Wann werdet ihr das endlich begreifen? Oh, da ist eine Figur drin. Ja. Ja. Du, pass mir auf die Kiste auf. Ach, Knoppi, komm mal her. Da könnt ihr auch so schnell Figuren zusammenbauen. Irgendwie mag ich die Figuren. Bin's nicht gerade. So, so. Na, Militärfiguren sind... Kann ich irgendwie abbauen, Militärfiguren. Vielleicht habt ihr es ja mitbekommen, dass da wieder eine neue Sache von Lego kommt. Das war einige Kupplungen von Fahrzeugen. Eine Kupplung. Eine Kupplung, die bei den großen Sachen drin sind. Dieses gelb-orange Teil da. Das haben die sich patentieren lassen bereits vor zwei Jahren und das wird jetzt langsam aktuell. Haben aber den Mitbestreitern bzw. den anderen Klemmbausteinherstellern, die diese Kupplung benutzen, ob berechtigt oder unberechtigt. Da sollen sich andere Gedanken drüber machen. Und da werden jetzt wahrscheinlich Millionen Klagen auf die zukommen. Das ist Lego Fair Play. Die reden von Fair Play und haben bei uns so ne Scheiße. Ja. Mann, 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 Mann. So, dann wollen wir mal schauen, was wir hier so zusammen basteln können. Das wird der Tisch. Oh, nicht schlecht. Naja, wenn es sein muss, bauen wir einen Tisch. Tisch ist immer gut. Zwei Sachen. Ach, Menno. Ich sag jetzt schon, überragende Klemmkraft. Boah, alter Schwede. Also die Klemmkraft ist tausendmal besser als die von den... So. Dann machen wir hier... Äh... Ja. Ja. Das Video geht am Samstag rein. Und am Sonntag sind Wahlen. Ja. Ich lege jeden nach, zur Wahl zu gehen. Und wenn ihr sagt, ich will nicht wählen gehen, dann geht trotzdem hin. Und wenn ihr den Schein nur ungültig macht. Ja. Denn wenn ihr das nicht macht, dann bekommt eure Stimme, obwohl ihr nicht wählen wart, wahrscheinlich eine Fraktion, die ihr nicht haben wollt. Also bitte geht zur Wahl. Das tut nicht weh. Wir gehen jedes Mal zur Wahl. Ob das die Kommunalwahlen sind und die Bundestagswahlen oder was auch immer. Wie können... Weil wenn ich... Äh... Mein Maul aufreiß. Für jemanden, gegen jemanden. Und ich hab nicht gewählt. Dann muss ich mein Maul halten. So kann ich dann mitreden. Vor allem, wir können froh sein, dass wir ein Wahlrecht haben. Ja. Es gibt genügend Länder, wo es nicht geht. Oder die nur so tun. Wird es noch schlimmer. Also Leute. Geht einfach hin. Wir haben es hier nicht weit. Das sind ungefähr 70 Meter. Bis zu unserem Wahllokal. Da werden nicht nur solche böse Sachen drin gemacht. Nein, da drin wird auch geheiratet. So. Wenn Schauspieler und Politiker zur Wahl aufrufen, dann können wir das auch tun. Das ist meine Meinung. Ja. So. Das Teil. Und... Da ist es. Ich... Ich werde so wahnsinnig an den Tisch hier erinnert. Wenn der beim Baby steht. Ja. Der beim Baby steht. Ich finde es cool. Na. Nicht wegrennen. Ich fange dich doch. So. Da hinten kommt noch ein Quer. Wo ist er? Ach, das ist ein Schwarzer. Okay. Ein Schwarzer Quer. So. Jetzt ist das Ding. Und... Der Kartoffelschubser hier. Wo? Wohoho. So. So. Komisch. Geiz. Gefällt mir. Koko, ihr habt Ideen. So. Und Klimmkraft. Grau. Grau. Wo ist der Graue? Grau ist das neue, schwarz. Aber wie sehe ich das? Na gut. Wenn ihr das meint. Alter, das ist eine Quemmkraft. Da fällt da nun nichts mehr ein. Stripbrett. Dann haben wir hier noch was. Ja. Und hinten. Und das Teil. Ach, das kommt. So. 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 Wenn wir hier gleich fertig sind. Wenn wir uns ein bisschen Lego Masters angucken. Ja. Auf jeden Fall. Wollen wir schließlich noch was zu lachen haben heute. Ja. So. Ja, so gehen Designveränderungen. So. Schicker Stuhl. Ich finde den gut. Das kommt da hin. So ist da rein. Und so ist dann Lämpchen. So. Äh. Ja. Das ist der falsche. Na gut. Nehmen wir den hier. Wenn den unbedingt haben willst. Ja. Wie lange kommt er denn? Ja. Wie lange kommt er denn? Ja. Wie lange kommt er denn? Ja. Die gelbe Tröte gehört da gar nicht dran. Da gehört eine schwarze Tröte dran. So. Damit man die hier noch aufnocken kann. So. Ach. Das soll Feuer sein. Hm. Das muss einer dabei schreiben. Gut. Das haben wir schon. So. Einmal. Wo ist der zweite? Weg ist er. Ja. Sieht sehr kompliziert aus, was da alles zusammenbastelt. Äh. Macht schon Spaß. Finde ich cool. So. Äh. Mein Bau war ein bisschen einfacher. Aber genial gelöst. Tolle Sachen. Tolle Ideen. So. Jetzt kommt das Teil. Der kommt dann nach vorne. Und das Teil. An die Seite. Oder? Nach hinten. Nach hinten. Der kommt nach hinten. Der kommt inzwischen. Muss man ja wissen, ne? So. Dann haben wir hier eine Tür. Zu. Sonst zieht's. So. Der Schlauch. So. Hier. Hier kommt der rein. Super. Und dann. Mit der Loppe da hinten rein. Ja. Warum auch nicht. Gleich. Bin ich fertig. Kann sich nur noch um Tage handeln. So. Das hätten wir auch drin. Wackeln tut's schon. So. Dann haben wir dann einmal. Dann haben wir dann einmal. Jenis. Uh. Müssen wir jetzt nicht böse sein im Ende. Ah ja. Du kommst wieder ab. Okay. Der will nicht ab. Der will einfach nicht weg. So. Dann haben wir wieder einen Bauschritt vorgegriffen gehabt. Das kommt hier drauf. Das kommt da rein. So. Ich würde mal sagen. Das war's. Ja. Das ist das Alkoholtestgerät von Franz Kallwert. Zwei Teile über. Und ein Farbfehler drin. So hat Anleitung. Also laut Packen. Ist das. Die Klammer hier oben auch noch gelb. Ich tue wohl keine. Ja. Ist halt so. Keine Klammer. Ist halt so. Ich tue die zwei die angeblich über sind. Auch noch dahin wo sie hingehören. So. Das war's. Anleitung sehr verständlich. Klemmkraft. Bestialisch. Sehr gut. Die Steine. Super. Ja. Hab nichts großartiges bemerkt. Außer ein paar kleine Mikrokratzer. Gut. Ich hab hier zwei kleine Mikrokratzer. Ansonsten. Alles bestens. Ja. So. Ich zeig euch als erstes mal. Das Handy. Da fehlt der Aufkleber. Haha. Dann die Figur dazu. Ein Mülleimer. Schon Müll drin? Nee, noch nicht. Ein Stuhl. Schrank mit Kaffeemaschine. Das wär's ne Idee. Ein Kaffee. Hm. 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 Und ein Schreibtisch mit Computer, Lampe, Telefon und ne kleinen Ablage. Allerdings ohne Aufkleber. Ja. Ohne Aufkleber. Die Lampe ist schick gemacht. Es sind extra Teile, die sie hier bei waren. Schöner Abbau. Wirklich gut gemacht. Ein Stuhl hast du vorgestellt. Stuhl hab ich vorgestellt. Du darfst übernehmen. Ich übernehme. Cobra übernehmen sie. So, ich fang mal an mit dem Laboranten. Sehr schöne Figur. Sehr schöne Bedruckung. Die Frisur, die sagt mir nicht so zu, aber was soll's. Muss er mitkleben, nicht ich. Dann haben wir hier diesen Hocker. Auch sehr schön gefertigt. Dann hier dieses seltsame Gerät. Das kann man runterklappen. Selbstverständlich kann man auch die Tür aufmachen. wie es sich gehört. So. Sehr schöne Idee. Okay. Und dann kommen wir zu dem allumfassenden Tisch. Da ist ein Computer drauf. Eine Bohrmaschine wahrscheinlich. Und hier, um das eine Tischbein abzubrechen. Gibt's extra Sachen dafür. So. Geh da rein. Und bleib auch drin. So. Um Sachen zu erhitzen. Also Flüssigkeiten oder sowas. Sehr schön gemacht. Ganz toll. Gefällt mir. Die Baumaschine können auch Mikroskop sein. Ne. Da gibt's nichts zum reingucken. Da muss es sich auf einen Tisch stellen. Stimmt. Muss nicht sein. Aber es könnte ein Elektronenmikroskop sein. Denn das kannst du nämlich auf dem Bildschirm sehen. Ne. Ja. Wollen wir uns ein bisschen rumstreiten. Dein Staubsauger hast du schon gezeigt. Ja, Logo. Habe ich nicht mitbekommen. So. Und dann haben wir hier nochmal die wunderschönen Aufkleber, die da drauf gehört hätten oder was auch immer. Irgendwie bin ich selbst jetzt im Weg. So. Ja. Also. Für zwei Euro so ein Päckchen. Gibt's nichts zu maulen. Empfehlenswert. Tolle Steine. Tolle Ideen. Für die Ausrüstung eurer Häuser. Eurer Bauten, die ihr macht. Sehr schön. Vor allem die Idee. Hier zum Beispiel mit dem. Vor allem. Diese Boxen kenne ich aus England. Ja. Diese Liter Boxen. Wo man überall reinschmeißen kann. Die gibt's auch geschlossen. Mit einem großen Schlitz. Wo man dann seine Sachen reinschmeißen kann. Nochmal eine kleine Anmerkung. Wenn ihr nach Irland kommt. Oder nach England. Schottland, Wales. Ja. Alles zusammen. Dann schmeißt nichts auf die Straße. Das wird teuer bestraft. Nicht so wie hier mit erhobenen Fingern. Du, 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 du. Nein. Da geht's ab 1000 Euro aufwärts. Und ich finde das richtig. In die Umwelt gehört kein Müll. So. Dann würde ich sagen, beide Dinger sind empfehlenswert. Ja. Ja. Wenn euch das Video gefällt, Daumen hoch. Abonniert uns. Betätigt die Glocke, wenn ihr immer informiert werden wollt. Ja. Dann würde ich sagen, baut auch so was Schönes. Ja. Und habt viel Spaß dabei. Ihr könnt auch Stereo knuddeln. Ja. Das war's. Das war's. Dann wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss. Tschüss.